Du bist also die berühmte Amanda von Hohenstück. Ich hab in der Stadt ja schon so viel Böses über dich gehört. Kein Gott, kein Staat, kein Patriastadt. Kein Gott, kein Staat, kein Patriastadt. Nee, für die Rechte spiel ich nicht. Wir hatten das alles so geschmiert. Wer ist denn das Flitscher? Ihr Name ist Justine de Brest. So heißt doch kein Mensch. Ich werd dich vernichten. I'm scared. Versteckst du dich? Ich hab mich nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020